Hey Leute, dritter Tag Karneval in Köln. Ich lebe noch. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt noch jemand hört. Ich habe jeden Kontakt zur Außenwelt verloren. Meine Rationen neigen sich dem Ende zu. Ich habe gestern gesehen, wie Kylo Ren mir vor die Haustür gekotzt hat, während Biene Maya ihm die Haare gehalten hat. Ich weiß nicht, ob mein Verstand mir das Spielchen mit mir treibt oder ob die Welt langsam untergeht. Falls irgendjemand das hört, ich brauche dringend Hilfe. Holt mich hier raus. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalten kann. Wenn mir das irgendjemand hört. Ich bin hier mittendrin. Bitte, ich brauche irgendwas. Hilft mir. Ich weiß nicht, ob das Spoiler für den nächsten Star Wars Filmen sind oder ob ich jetzt hier... Spoiler, Leute, ich brauche Hilfe. Oh, ich sehe, da kommt ein Signal rein. Momo, Jack Jam. Ich brauche dich. Alles zunageln. Ich weiß nicht mehr. Ich habe mir das Gefühl für Zeit verloren. Ich weiß nicht, wie lange das schon so geht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles gebunkert, was ich bunkern kann. Aber ihr kennt mich. Ich habe alles schon am ersten Tag aufgegessen. Ich habe mir eigentlich Rationen für 18 Tage vorbereitet. Aber ihr wisst ja, wie das ist. So, man kauft eine Packung Schokobons und dann denkt man, ja, drei Tage. 600 Gramm, 200 Gramm pro Tag, das geht. Das kann man machen. 200 Gramm, das empfiehlt jeder Arzt. 200 Gramm Schokobons am Tag, das geht. Aber wir wissen alle, was passiert. Am ersten Tag, in der ersten Stunde, vielleicht sogar in den ersten zehn Minuten sind die alle weg. Dann ist man 600 Gramm schwerer und 600 Gramm glücklicher. Das muss man dann abwägen, ob das klappt oder nicht. Ich habe alles aufgegessen. Wie viele Essiggurken hast du gelagert? Um ganz ehrlich zu sein, Frage. Ich habe ein Glas Essiggurken, das kämpft. Das hat einiges. Das habe ich schon viel gesehen. Das kämpft. Das hält durch. Das hält sich wirklich mit seinen dünnen Kornichon-Oberarmen wirklich fest. Und zwar mache ich folgendes. Ich bin ja ab und zu, also falls ihr jetzt völlig verwirrt seid, was passiert hier eigentlich? Was ist los? Manchmal hat er irgendwie so diese, diese Lichtspitzen hinter sich, manchmal diesen ominösen Wäscheberg. Was ist los? Aktuell bin ich in Köln, sonst bin ich immer in Hamburg. Ich bin ein Mensch in zwei Städten. Ich bin ein Mensch, ich bin zu groß für zwei Städte. Ich bin one guy in two towns or two guys in one town. Versteht ihr, was ich meine? Two fish in a big pond or one fish in a small pond. And I'm like two fish. I'm like everywhere. You can't hide. I get you. Und deswegen brauche ich zwei Städte. Und deswegen bin ich ab und zu in Köln und ab und zu in Hamburg. Ihr wisst, ich bin ein sehr sparsamer Mensch. Man kann es anders ausdrücken. Ich esse alles, was ich habe, sofort auf. Deswegen habe ich relativ wenig Bedarf für eine langfristige Kühlung. Und ich kaufe eigentlich jeden Tag das ein, was ich am selben Tag esse. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht meine Sachen jetzt wirklich lange lagern. Das heißt, was ich letzten Endes mache, irgendwann dachte ich mir mal, okay, eigentlich muss gar nicht der Kühlschrank immer an sein, während ich in Hamburg bin, in der anderen Stadt. Deswegen mache ich jetzt den Kühlschrank in Köln aus, wenn ich nach Hamburg fahre. Und dann komme ich zurück, dann mache ich den Kühlschrank wieder an. In der Hoffnung, damit Strom zu sparen. Ob das so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe sogar extra mal so ein Strommessgerät gekauft. Das war ich komplett vergessen. Ich weiß gar nicht, was mit dem ist, ehrlich gesagt. Egal, erklären wir später. Aber jetzt ist die Idee, dass immer, wenn ich hier losfahre, mache ich den Kühlschrank aus, weil ich habe nichts, was länger gekühlt werden muss. Es gibt nur eben dieses eine Glas Kornichon. Das schaut mich immer an, wenn ich den Kühlschrank aufmache. Wenn ich nach Hamburg fahre und es schaut mich an mit... Wird er mich diese Woche wieder vergessen? Vater, wofür hast du mich gekauft, wenn du mich nicht essen willst? Was ist das hier für eine Existenz? Seit fünf Wochen steht das Todesurteil über mir. Verstrecke es doch endlich. Ich weiß doch, wofür ich produziert wurde. Ich weiß doch, wofür ich lebe. Mein einziger Sinn ist der Tod. Mein einziger Sinn ist der kurze Moment des Genusses auf deiner Zunge. Und danach höre ich auf zu sein. Beende doch dieses Spiel. Und jede Woche aufs Neue schalte ich den Kühlschrank ab. Gehe weg. Er hat sturmfrei. Das Glas hat komplett sturmfrei. Er hat die ganze Wohnung für sich. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht merke, dass ich nicht manchmal ein bisschen Gurkenwasser hier und da sehe, wenn er wieder in meinem Bett war, während ich nicht da bin. So, aber das ist okay. Aber dieses Glas hat schon alles gesehen. Und es ist wirklich, es ist immer drei, vier Tage kalt, drei Tage warm. Vier Tage kalt, aber wieder drei Tage warm. Vier Tage kalt, aber wieder drei Tage warm. Und es geht immer so hin und her. Und ich bin jetzt kein Nahrungsmittelpsychologe, aber ich habe keine Ahnung, was das mit so einem Glas Gurken macht. Also was passiert da innerlich? Was ist das für eine Erwartungshaltung? Haben Gurken ein Zeitgefühl? Ich weiß es nicht genau. Und mittlerweile dachte ich mir, dieses Glas Gurken ist so verstört, dass ich das nicht mehr essen will irgendwie. Keine Ahnung. Ekel ist ja auch nicht immer rational so. Ekel wurde mal irgendwie als sinnvolles Konzept entwickelt, ist mittlerweile aber komplett, komplett abgedriftet einfach. Es gibt Leute, die haben Angst vor diesen Schuhen mit diesen gleichmäßigen Löchern drin, weil sie das irgendwie an so eine Art Ausschlag erinnert oder so. Wo man, wo man auch sagt so, wirklich? Wir haben jetzt Angst vor Schuhen? Das ist die Idee. Und er sagt, sorry, das sind uralte Akten. Die haben wir hier übernommen vom Vorgänger. Das ist noch aus der evolutionären Savannenzeit, wo man irgend so eine scheiß Kröte so fucking Löcher am Rücken hatte, wo die Kinder drin waren. Den haben wir einmal geleckt vor 16.000 Jahren und jetzt haben wir leider für immer Angst vor Löchern. Okay, gut, dann nehmen nicht die Schuhe. So. Und genauso ist es eben auch manchmal, dass dein Körper dir sagt, nee, pass auf, wir ekeln uns jetzt einfach vor diesem Glas Gurken. Und einer im Meeting so, sorry, ganz kurz, ich habe noch eine Frage zu dem Gurkenthema, bevor wir weitermachen. Ja, ich weiß, wir haben wenig Zeit. Warum genau, warum genau ekeln wir uns jetzt vor den Gurken? Ja, das ist doch alles schon, jeder Papierkram ist doch alles schon erledigt. Das geht doch jetzt alles schon nach oben. Da können wir jetzt nicht nochmal den ganzen Fall aufmachen und so. Und am Ende weiß niemand, warum man sich genau jetzt vor diesen Gurken ekelt. Aber ich sage mal so, ich habe irgendeine Missgunst gegenüber diesen Gurkchen entwickelt. Ich möchte sie nicht mehr anrühren. Völlig zu Unrecht. Völlig zu Unrecht. Ich weiß, ich tue diesem Glas Gurken Unrecht. Es steht in meinem Kühlschrank und es beißt sich durch. Es kämpft sich durch. Jede Woche, es muss der Horror sein. Aber ich denke einfach so, Gurken im Supermarkt warm, Gurken zu Hause kalt. Hin und her, hin und her, hin und her. Da wird die Gurke alt. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, völlig, völlig sinnlose Angst, dieses Glas Gurkchen aufzumachen. Aber aktuell ist es, sage ich mal, noch nicht verschwunden. Das heißt, alles, was ich tatsächlich wirklich als stabile Ration für den Notfall natürlich hier bei mir zu Hause habe, ist ein Gläschen Gurken, das im Zweifelsfall wahrscheinlich mich auch nicht allzu gut durch den Tag bringen würde. So oder so, ich habe das Gefühl, der Karneval klingt gerade so ein bisschen ab. Vielleicht kann ich mich morgen wieder aus dem Haus trauen. Ich weiß es nicht genau. Wann geht Satisfactory weiter, wird hier gefragt. Aktuell ist Nikola im Urlaub und danach werden wir schauen, wie wir das Ganze weiterführen und aktuell ist es allerdings pausiert sozusagen. Und ja, herzlich willkommen an den Chat. Übrigens freut mich, dass mein Signal, dass ich hier in den ETA schicke, irgendwo ankommt, dass mir jemand helfen kann. Mimi Chrissy zum Beispiel. Du schaffst das. Dankeschön, Mimi Chrissy. Ich brauche jetzt wirklich jede Unterstützung. Ich komme hier durch. Eines Tages schaffe ich es vielleicht, hier rauszukommen aus dem, aus diesem Karneval-Horror. Was wird aus der Referate-Show? Naja, sie wird natürlich durch die aufgebaute Erwartungshaltung noch schäbiger sein. Referate-Show. Aktuell sind wir auf der Suche nach einem Termin, wird bald der Fall sein. Und dann wird die nachgeholt. Und ich finde, wir sollten uns auf ein Agreement einigen, dass wir nicht so tun, als hätten wir jetzt mehr als eine Woche Zeit gehabt. Die Referate-Show lebt davon. Schäbige, schäbige Referate mit einer mittelguten Ausrede. Das ist die Tagline eigentlich dieser gesamten Show. Ja, das Referat ist schlecht, aber ich hatte auch wirklich nur kurz Zeit. Ich habe das Thema vor 20 Minuten erfahren. Würden wir jetzt tatsächlich dem Ganzen Rechnung tragen, dass man länger Zeit hatte, dann funktioniert diese ganze Sendung nicht mehr. Deswegen brauchen wir euch jetzt ganz, ganz dringend. Nicht, dass wir jetzt irgendwie hier große Erwartungshaltungen aufbauen. Weil, ich sag mal so, das Gefühl, als ich erfahren habe, dass die Referate-Show ausfällt, war nicht das Schlechteste. Ich war natürlich mitten in der Vorbereitung und habe gesagt, ah, jetzt kann ich mir mal einen Tag lang Pause gönnen. Ja, also wenn du da tief in der Recherche drin steckst für so ein Thema, das ja wissenschaftlich durchaus anspruchsvoll ist, dann hoffst du natürlich auch mal ein Klabiss in Atem ziehen zu können. Und deswegen habe ich, ja, man könnte sagen, bis heute die Recherche pausiert. Aber, naja, es wird irgendwann kommen und dann kriegen wir das hin. Und dann passt das schon. Ich habe noch eine Dose Linsensuppe, die meine Mutter mir am Anfang von Corona für den Notfall gegeben hat. Aber ich, das war seit Jahren nicht eingereht. Larry Farid, ist ja auch geil. Das finde ich schon so gut, dass das, der Moment ist so, mein Kind, ich weiß nicht, ob wir das Ganze hier durchstehen. Aber für den Notfall und du denkst dir, okay, was kommt jetzt? Eine Pumpgun, ein Enterhaken, die Helle Bade gegen die Zombie-Invasion, die wir damals schon am Pfingstnachmittag besprochen haben. Eine Dose Linsensuppe, einfach so. Eine Dose Linsensuppe. Wie lange kommst du mit einer Dose Linsensuppe durch, dass du das schaffst? Aber es stimmt, ich glaube, ich würde das auch nicht aufmachen. Vielleicht ist da irgendeine Handgranate drin oder so. Und du merkst, wow, okay, wir haben uns den Notfall ganz anders vorgestellt. Du machst dir diese Dose auf und da ist da einfach pures TNT drin. Du denkst dir, okay, jetzt ist wirklich Notfall. Jetzt bombe ich mich durch die Zombie-Apokalypse hier durch. Ähm, ja. Als Klassiker bei Referate halten, immer jemand krank sein. Äh, absolut, sag ich mal. Es ist ja zwischen vier Leuten immer so ein bisschen eine Krankheitsrotation, dass man sagt, jeder ist eine Woche krank, damit niemand irgendwann das Referat halten muss. Aber irgendwann will man es dann doch hinter sich bringen. Das ist auch nicht gut, wenn so ein Referat zu lange über einem baumelt. Man will das dann eines Tages schon wie so eine saftige Pinata, wo man weiß, dass nichts drin ist. Aber so, sie wackelt dich doch an und sie schaut dich an und du weißt so, ah, komm. Und dann, bap, bap. Und dann kriegst du es auch noch. Und ich muss aber sagen, dass ich ehrlich gesagt sehr froh bin, dass die Referat-Show verschoben wurde, weil ich hatte mir einen Plan gemacht. Und dann habe ich, dachte mir, das schaffe ich, das schaffe ich bis Freitag. Habe angefangen, habe, glaube ich, so 20 Minuten dran gearbeitet und dachte mir, never ever hätte ich das geschafft. Nie im Leben. Jetzt habe ich alle Ansprüche runtergedreht und jetzt kriege ich es einigermaßen hin. Hoffentlich. Ich meine, ich werde einfach wieder am Tag davor starten. Wie immer, ist ja kein Problem. Ich meine, ich weiß nicht, was genau die Karnevalstraditionen hier sind in dieser Stadt, ehrlich gesagt. Normalerweise habe ich mich eigentlich immer in meinem Karnevalsbunker verschanzt, wenn die Karnevalszeit losgeht. Aber heute hat einfach hier random eine Dudelsack-Kapelle angefangen zu spielen. Und ja, ich weiß nicht, was daran explizit jäckig ist oder karnevalig. Aber auf jeden Fall habe ich seitdem den fucking Ohrwurm von einem einzigen Dudelsack-Song, den es gibt. Ja. Ich denke mir einfach, Leute, nichts gegen Musik. Menschen mögen Musik. Aber sich wirklich hier so vor Häuser zu stellen und sagen, pass auf. Wir geben jetzt hier bestimmt 50 Familien einfach einen Ohrwurm. Okay? Drei, vier. Unglaublich. Ich glaube, das ganze Haus, man kann jetzt wirklich so montagemäßig in jede einzelne Wohnung hier schneiden und jedem irgendwie so Vater singt seinem Kind vor, irgendwie einer sitzt auf der Couch und zockt irgendwie Call of Duty und alle so. Und jetzt habe ich den Ohrwurm an euch weitergegeben. Denn das ist die einzige Möglichkeit, ein Ohrwurm loszuwerden, falls ihr das nicht wusstet. Die beste Möglichkeit, Ohrwurm loszuwerden, ist ihn zu verteilen. Ohrwürmer sind virale Wesen. Die müssen sich verbreiten, die müssen sich verteilen. Das ist wie ein Schneeballsystem. Im Grunde ist es wie ein Schneeballsystem. Du kaufst dich frei, indem du zehn andere Leute in die Misere mit reinziehst. Und du musst einfach eine sehr schwere moralische Entscheidung treffen. Und ich habe lange überlegt, soll ich das machen? Ist das moralisch gerechtfertigt? Ich verliere meinen Ohrwurm, um zehn andere Leute reinzustürzen. Indirekt ja weitere hundert, wenn ihr auch versucht, das loszuwerden. Aber ich dachte mir, ja, ich muss überleben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Und ich habe gesagt, nee, bis zu einem gewissen Punkt Moral, aber dann nicht mehr. Und jetzt habt ihr den Ohrwurm und jetzt ist er weg. Mein Ohrwurm ist weg. Und jetzt ist es eure Aufgabe, den weiterzuverteilen. Aber ist nicht mehr mein Problem. Ist nicht mehr mein Problem. Und das ist einfach eigentlich, glaube ich, der einzige Song, den man auf dem Dudelsack spielen kann. Weil die haben den Song gespielt und dann hat man wirklich gemerkt, so kurze Irritationen. Okay, spielen wir noch einen anderen Song? Wie meinst du anderen Song? Naja, also wir sind ja jetzt nicht extra hierher gekommen, um einen Song zu spielen. Können wir nicht nur einen anderen Song spielen? Ich verstehe, was du meinst mit anderer Song? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Teenage Dirtbag oder irgendwie sowas in der Ecke. Wir sind Dudelsackspieler. Wir spielen einen einzigen Song. Guck mal die Flöte an. Die Flöte ist so aufgebaut, du musst nur die Löcher der Reihe nach drücken und dann spielst du das Spiel. Es gibt nur diesen einen Song. Okay. Ähm, dann. Spielen wir den nochmal? Nochmal? Einmal noch? Ja, okay. Alles klar. Haben wir genau den gleichen Song nochmal gespielt, weil ich mir einfach denke, das kann doch nicht wahr sein. Ist ein guter Song. Ist ein guter Song. Das möchte ich festhalten. Ist ein guter Song. Aber ab dem letzten Punkt muss man auch sagen, wenn du mit deinem Instrument nur einen einzigen Song spielen kannst, dann wie wär's vielleicht mit einem Klavier? Mit einer Gitarre oder sowas in der Richtung? Dudelsack hat ja auch immer so diesen einen Ton. Diesen einen Ton, wo man auch erstmal denkt, ist das Fliegeralarm oder so? Wenn wirklich da so sechs Dudelsäcke einfach... Und wenn du nicht meinst, hör ich das? Ist es ein Tinnitus? Es ist ein cooler Ton. Es ist einer der besten Töne. Man hat sich wirklich den besten Ton ausgesucht. Keine Frage. Aber es ist wirklich ein bisschen irritierend. Aber ich mag den Dudelsack. Ich mag auch diese geilen Trommeln. Diese ganz stramm gespannten Trommeln. Die wirklich so, wie wenn du auf so ein Stück Holz trommeln würdest. So ganz hart einfach so. Ich mag die total gerne. Ich glaube aber, die Idee eines Dudelsacks ist es ja... Also ich kenne das ja so von so schottischen Feiertagen oder so, dass die sich bewegen. Weil das ist ja schon clever. Wenn du sagst, okay, pass auf, Schottland und so, mega geil. Wir haben einen richtig geilen Song. Wir haben einen Banger. Lass uns doch bewegen, sodass immer die gleichen Leute so einen Song hören und danach uns nicht immer sagen, das war gut. Das war gut. Okay. Ja, gut. Lass uns weiterarbeiten. So, dass wir uns bewegen. So, das ist eine gute Idee. Wenn du eine Band bist, die nur einen Song hat, dann musst du jeden Tag die Stadt wechseln. Deswegen gibt es ja auch diese Dudelsack-Umzüge, dass man einfach einmal durch die Stadt läuft, damit man den Song einmal hört. Hier in dem Fall statisch. Statisch. Der Dudelsack war auf einem Stativ. Wer war so ein Stativ? Ich meine, ich kenne das Problem. Ich bin Gitarrist und bin, sag ich mal, klassischer Gitarrist, also der uncoole Gitarrist, der irgendwie anstatt Wonderwall dann irgendwie Andantino von Juan Buscalia spielt oder so, der immer seinen scheiß Fußsthemen rausholen muss. Ich kenne das Problem eines statischen Musikers sehr gut. Deswegen hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Mitleid mit dieser Dudelsack-Kapelle, die da stand und einfach Dudelsack auf dem Stativ aus so einem riesigen, noch so einem riesigen Tumorhorn mit dabei. Und man weiß einfach, okay, hier bewegt sich nichts. Hier bewegt sich nichts. Und ich war der Leidtragende, der einfach jetzt da daneben wohnt einfach die ganze Zeit. Deswegen habe ich den Song drin. Ich gebe ihn, ich gebe ihn an euch weiter. Ist das eigentlich die Nationalhymne von Schottland? Es ist doch, glaube ich, ich glaube, Scotland the Brave ist das doch, oder? Ich glaube, ist das die Nationalhymne eigentlich? Ich meine, gibt es in Schottland nur einen einzigen Song? The Brave, Scotland. Ah, jetzt kriegen wir hier, oh, Copyright Strike. Copyright Strike, I love it. Copyright Strike. Ähm, Alba and Ike ist neben The Flower of Scotland in Scot-Wahey eine der drei inoffiziellen Nationalhymnen Schottlands. Schottland hat drei inoffizielle Nationalhymnen? Wow. Also, heißt es, es hat keine offizielle, oder heißt es, ah, ich glaube, das ist hier, das kann man, und. Näh, 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 na, guck mal, das ist doch nicht schlecht. Das ist ein geiles Song, aber ich wusste nicht, dass er einen Text hat. Wie geht der Text? Horch, wenn die Nacht hereingebrochen ist, höre, hör, die Dudelsäcke rufen laut und voller. Lass uns eine Instrumental, lass uns eine Instrumental-Version machen erstmal, oder? Also lass uns erstmal, naja, einfach, niemand kann so laut singen und, ich meine, vielleicht gab es irgendwann mal in dieser, äh, Dudelsack-Kapelle immer einen, der gesungen hat. Und irgendwann hat man gesagt, so, hm, ich glaube, der Text ist nicht die Stärke von uns. Lass uns mal sagen, na, lass uns mal noch fünf Dudelsäcke hinzufügen. Ja, aber dann hört man den einen Sänger ja nicht mehr so gut. Ja, ja, das ist halt dann, ne, das ist halt dann leider das Problem, ne, aber, äh, lass uns doch 20 weitere Trommeln und 20 weitere Dudelsäcke nehmen und den einen Sänger belassen. Und irgendwie ist es Tradition, dass der Sänger einfach überspielt wird. Aber wie, wie geht der Text? Der singt immer nur sehr leise, ja, stimmt schon. Der singt... Aber ist, machen die Dudelsäcke die Melodie? Hark when the night is falling. I may you park when it's... Es funktioniert nicht, ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist der einfach irgendwann, äh, einfach verloren gegangen. Ach, okay. Und die Mormonen haben wieder eine eigene Fassung, meine Güte. Meine Güte. Ist, ist, ist ein geiler Song, ist ein geiler Song. Gar kein Problem. Aber eine der Nationalhymne Schottlands. Skotland. Scots. Schottisch-Gälisch. Ähm, was heißt denn jetzt hier Nationalhymne? Hymne, Hymne, Hymne? Gibt's nicht normalerweise immer... Nymne? Was ist eure Nymne? Hymne. Hier, die Schott... Die... Ah, Nationalhymne. Ach, tatsächlich. Guck mal, es gibt wirklich... Eins... Zwei... Drei... Vier... Vier... Vier unoffizielle... Hymnen. Schottland hat nur inoffizielle Hymnen und vier Stück. Leute, das ruft nach einem Mashup. Das ruft nach einem fucking Medley. Das ist... Aber das ist schon geil. Also sag ich mal, ich bin für Scotland the Brave. Ich bin für Scotland the Brave. Die anderen können gar nicht so krass sein eigentlich. Komm, gib uns mal... Gib uns mal die. Oder gibt's kein... Äh, gibt's kein Song? Man's a man. Is a man. The Flower of Scotland. Ah, gibt's leider keinen Song. Ah, wird schon auch gut. Schottland ist Teil des Vereinigten Königreiches. Daher gibt es keine offizielle. Ah, okay. Das heißt... Alle... Alle... Ähm... Länder des Vereinigten Königreichs müssen dann die God Save the Queen haben. Das ist ja geil. Okay, stark. Komm, einmal noch. Yes! Hau drauf da. Hau drauf da. Ich finde, man kann sich die ersten zehn Sekunden immer wieder anhören. Aber dann ist es auch gut. Aus. Ist es die beste Nationalhymne der Welt? Ich glaube, es ist die beste Nationalhymne der Welt, oder? Ich meine... Okay, lass uns... Okay, lass uns... Okay, dann machen wir es mal jetzt mal offiziell. Tierlist. Countries. Okay. Tierlist der Nationalhymnen. Let's go. Tierlist der Nationalhymnen. Ähm... Okay, wir brauchen Kategorien. Ich glaube, wir brauchen nur drei Kategorien, oder? Warte mal. Kann man hier... Nee, lass uns C... Nee, lass uns C bitte über B. Nee. Sonst ergibt das keinen Sinn. Lass uns C... Äh... Ah, Delete Row. Delete Row. Ähm... Okay. Also, wir haben die Kategorien... Ähm... Keine Ahnung. Dann... Text... Mitmurmeln, glaube ich. Ist so ein Mittelding. So, da bist du drin. Text mitmurmeln. Können wir das mal hier... Äh... Ein bisschen reduzieren gerade. Ähm... Ähm... Und es ist... Äh... Pass beantragen. Okay. Alles klar, los geht's. Tierlist der Nationalhymnen. Fangen wir an mit... Äh... Fangen wir an mit... Ähm... Äquador. Ui, ui, ui. Ah, also Äquador... Ähm... Muss ich sagen, habe ich keine Ahnung, was die Nationalhymne ist. Dann kommt... Ähm... Ähm... Äh... Äh... Keine Ahnung. Saudi-Arabien. Tatsächlich keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich jetzt... Habe ich gerade die drei, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. So ein bisschen. Hingegen... Angola... Äh... Äh... Habe ich jetzt gerade auch nicht... Auch nicht auf den Lippen. Wohingegen... Okay, gut, das ist jetzt natürlich... Ui, 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 ui. Britische Kolonie mit Delfinen... Äh... O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o gerade. Dann Patagonien, ich meine, wunderschönes Land, musikalisch muss man sagen, ist jetzt glaube ich nicht die Stärke. Wir nehmen es mal wieder vor. Marokko auch nicht dabei. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz ein paar witzige Okay, fuck it. Die NATO natürlich NATO auch gut, würde ich sagen. Dann Argentinien wir haben Argentinien nochmal. Timmy hat den Morgen raus. Ja, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, tatsächlich. Dann haben wir hier South Dakota. South Dakota. Oh, say can you say well Dakota is on a map. Ich würde auch mal sagen, keine Ahnung. Dann haben wir hier die Österreicher und oder Polen natürlich. Also es ist ja natürlich, also früher war das ja natürlich alles ein bisschen übersichtlicher. Aber jetzt mit Österreich, also ich wünsche Ihnen alles Gute, aber ja, ich bin jetzt nicht ganz drin. Dann Australien Schrägstrich Neuseeland Schrägstrich Patagonien. Ja, habe ich jetzt tatsächlich, weiß ich tatsächlich gar nicht den Text. Muss ich sagen, habe ich tatsächlich gerade gar nicht vor Augen. Dann natürlich natürlich, ich meine, ey, nicht umsonst den ESC mehrfach gewonnen, ähm, äh, äh, Absolut gut, aber tatsächlich ein bisschen veraltete Hymne. Dann natürlich Ikea ähm, und jetzt hier Burkina Faso möchte ich tatsächlich, weil ich, ich habe, ich weiß, dass die ihre Hymne vor kurzem geändert haben und ich kenne den neuen Text nicht genau. Deswegen muss ich es leider hier nochmal in, äh, keine Ahnung stecken. Wohingegen, äh, äh, das hier, äh, Monaco hat Schwierigkeiten, ähm, gerade im B-Teil mit dem Zistur über in Fis-Moll. Da bin ich, da muss ich sagen, da kenne ich mich jetzt mit der kulturellen Harmonik. Das ist ja auch viel natürlich aus der Volksmusik heraus entstanden. Möchte ich jetzt tatsächlich keine Meinung abgeben. Ich würde es mal, ich würde es mal vor NATO setzen. Ich, ich setze es mal zwischen NATO und Argentinien, muss aber sagen, keine Ahnung. Natürlich Atlantis, das Reich Neptuns, ähm, ist natürlich mit vielen Gurgeln, äh, äh, unter Wasser. Das hat natürlich so ein bisschen, äh, Schwierigkeiten, allein von der Tonqualität her. Deswegen kann ich es nicht sagen, ist, ist zu fremd. Deswegen auch, kommt auch mal gerade, es ist auch kein Land. Ähm, dann hier, ähm, das ist natürlich jetzt ein interessanter Fall, weil, ähm, dieses Land hat natürlich dieselbe Nationalhymne wie Patagonien, ja, und man weiß nicht, wer hat von wem geklaut. Ja, äh, Patagonien oder, äh, Patalonien, da weiß man leider nicht genau, wer von wem geklaut hat. Deswegen würde ich es auf die gleiche Ebene wie Patagonien stellen, äh, einfach weil es hier noch Urheberrechtsstreitigkeiten gibt. Deswegen bin ich da mal raus. Deutschland! Deutschland! Einigkeit und Recht und Freiheit bin ich natürlich, ist, ist natürlich immer, äh, ist natürlich immer klasse. Bin ich zu Hause. Ähm, ist nicht die krasseste Hymne aller Zeiten, muss man sagen. Ähm, ich finde gerade bei Deutschland ist natürlich, äh, immer, äh, klar, Land von Beethovens, äh, und Bach. Da sag ich mal, die Hymne ist noch ausbaufähig, aber Text mitmurmeln ist ein solides Ding. Ist ein solides Ding. und, äh, deswegen Deutschland hier auf, äh, Platz zwei. Kommen wir zu, äh, Senegal, ähm, boah, muss ich, wow, weiß ich, bin mir gerade gar nicht sicher, was die senegalesische Nationalhymne ist. Muss, ähm, hab ich tatsächlich gerade gar nicht auf dem Schirm. Hab ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Dann haben wir hier, ist es Italien, ist es ein, äh, Platzhalter, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es so, äh, 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 na, 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 aber ich kenne den Text da ja nicht genau. Ich kenne den Text nicht genau, deswegen muss ich es an der Stelle leider noch mal zu, keine Ahnung, packen. Dann hier natürlich, ähm, wie heißt es nochmal, das Land, äh, hier in der Nähe von, äh, Tschecho, äh, Serbo, Tschecho, Serbo, Kroato, äh, Litauen, Litauen natürlich. Litauen, der Klassiker, ähm, ist ja natürlich auch tatsächlich ein interessanter Fall einer Nationalhymne, weil es tatsächlich einfach, äh, Eternal Flame ist. Was natürlich für mich, ähm, sehr gut ist, bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen, aber es ist leider, sag ich mal, ein bisschen faul. Ich finde, da muss ein eigener Song, äh, geballert werden, deswegen ist für mich schwer einzuschätzen, deswegen kommt es erstmal in keine Ahnung in. Wohingegen jetzt hier, natürlich, ähm, ist das nicht Saturn? Moment mal, ich dachte, wir sind auf der Erde. Moment mal, das ist Saturn. Warte mal, Saturn? Ich dachte, wir sind, okay, gut, dann müssen wir halt Saturn mit reinnehmen. Saturn ist ein bisschen kritisch, weil es natürlich einfach 36 Oktaven über unserem normalen Gehör ist, natürlich, weil du auf dem Saturn natürlich eine ganz andere Atmosphäre hast, die natürlich wesentlich dichter ist als die auf der Erde, weswegen natürlich die Saturn-Nationale Hymne ein bisschen, äh, 36 Oktaven höher gesungen werden muss. Ich kann das kurz für euch singen, ihr werdet das wahrscheinlich mit euren menschlichen Erdenohren nicht hören können, aber ich kann euch mal ganz kurz einen Ausschnitt aus der Saturn-Hymne, äh, vorsingen. Also, kann ich jetzt glaube ich, kann man es schwer hier einschätzen, weil, ähm, wie gesagt, das kann man nicht hören, also wie gesagt, wenn, also alle, alle Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt am Saturn, äh, liebe Grüße, ich hoffe, ihr könnt das empfangen oder halt in sechs, sechs Jahren, wenn, äh, Schall endlich bei euch angekommen ist, dauert ein bisschen, sorry, aber, ähm, ja, deswegen glaube ich, will ich dazu nichts sagen, ich setze es mal, aber ich würde es schon hinter Argentinien setzen, aber es ist, also ist es schwer einzuschätzen, weil es halt leider kein Erden, äh, kein Land auf der Erde ist, ne, so, ja, jetzt haben wir, ähm, äh, Kasachstan, Kasachstan tatsächlich, ähm, kleine Trivia, Kasachstan hat tatsächlich auch eine inoffizielle Nationalhymne, denn es wurde mal, habe ich gehört, bei einem Ereignis aus Versehen, die kasachische Hymne aus Borat gespielt, in dem Film Borat gibt es eine kasachische Hymne, die so eine Parodie ist auf Kasachstan, und anscheinend wussten die Organisatoren von irgendeinem Sportevent das nicht und haben aus Versehen, äh, diese Parodiehymne gespielt, deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt die echte kasachische Hymne rezensieren soll oder die, die tatsächlich in, ähm, Borat stattgefunden hat, deswegen würde ich sagen, einfach um jetzt hier keine, äh, internationale Krise darauf zu beschweren, muss ich es auch in keine Ahnung, ähm, stecken, so, hier eine kleine Hilfe, hier steht nämlich auf der Flagge drauf, welches Land es ist, nicht jeder kennt sich so gut mit den Flaggen aus wie ich und kann die alle einordnen, deswegen, ähm, ist es ganz gut und das bitte ich euch auch alle, bitte, 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 liebe Linda, bitte, bitte, schreibt euren Namen doch einfach auf die Flagge, hm, es ist doch so viel leichter, schreibt es doch einfach drauf, dann wissen wir auch, was los ist, dann können wir es auch einschätzen und müssen nicht Rätsel raten und uns wie Vollidioten fühlen, die irgendwie in der sechsten Klasse bei einer Erdkundeabfrage versagen. Schreibt es einfach drauf, vielen Dank an der Stelle an Oh, nochmal, Oh, nochmal, Oh, nochmal, Oh, nochmal, Oh, Äh, sollen wir es kurz ausdrucken? Ähm, ja, ich schicke das mal kurz an die Rezeption weiter, ich schicke das mal kurz an die Rezeption, Hugo, hast du, kannst du den Drucker anschmeißen? Ich wollte eigentlich eher die Flagge haben. Okay, jetzt sitzt, okay, pass auf. Äh, achso, warte mal, kann ich einen neuen, warte mal, ach, ich kann die auch vertauschen, neuer Tab mit dem Ding, Leute, ich versuche, für mich ist IT eher sowas wie eine Kunst, also, ähm, ja, deswegen, falls ihr nicht lesen könnt, kann ich euch sagen, was für ein Land ist, das ist, äh, Guadalajal, und Guadalajal ist natürlich, ähm, es klingt ein bisschen portugiesisch, ist tatsächlich aber so ein bisschen in der Antarktis untergegangen, das ist tatsächlich ein Land, das komplett unter der Antarktis ist, äh, ist aber komplett unabhängiges Land, hat eine eigene Nationalhymne, äh, wurde früher mal natürlich von der portugiesischen, portugiesischen Krone beschlagnahmt, allerdings natürlich dann durch die Gletscher, äh, Glethau, die dann letzten Endes dieses Land komplett überschoben haben, eben bei Archäologen würden sagen, äh, The Great Push, wurde einmal komplett ein Gletscher über Guadalajal, einmal drüber geschoben, weswegen das Land aktuell nicht handlungsfähig ist, es gibt eine Exilregierung in Warschau, ähm, aktuell leider nicht handlungsfähig, und leider, 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 ist bei diesem The Big Push auch die Nationalhymne verloren gegangen, deswegen, ich würde es gerne, hoch einschätzen, ist aber leider nicht möglich, weil wir es leider nicht wissen, deswegen, sorry, hier, keine Ahnung, kann ich nicht schätzen. So, dann haben wir hier, was ist das, Helgoland? Helgoland, muss man sagen, war ja lange Zeit, ähm, englische Kolonie, bis sie irgendwann gesagt haben, äh, wir haben keinen Bock mehr, ähm, also die Helgoländer wollten, wollten gar nicht unabhängig werden, aber die Briten haben irgendwann gesagt, boah, nee, ähm, sorry, schickt mal bitte irgendwie unseren Botschafter zurück und so, und, äh, letzten Endes ist so Helgoland unabhängig geworden, gegen ihren Willen tatsächlich, das ist das erste und einzige Land in der Geschichte der Welt, das sozusagen zur Unabhängigkeit gezwungen wurde, und, äh, weil die englische Krone es einfach verstoßen hat. Bis heute gibt es Urheberrechtsschreitigkeiten, ob Helgoland die, äh, englische Flagge in ihrer Flagge führen darf, ähm, bis heute ungeklärt, und deswegen technisch gesehen, ähnlich wie wir es gerade bei Schottland gesehen haben, hat Helgoland keine eigene Nationalhymne, sondern technisch gesehen, weil es sich selbst noch als englische Kolonie sieht, God Save the Queen, sie haben sich geweigert, eine eigene, ähm, Nationalhymne zu machen, auch wenn Sarah Connor es im Jahre, äh, 1988 vorgeschlagen hat, Leute, ich komponiere euch eine, dann habt ihr eine eigene, hat Helgoland abgelehnt, deswegen leider auch hier nicht ganz klar, welche Nationalhymne, äh, Helgoland hat, deswegen muss ich es hier einfach auch wieder, um hier eine internationale Krise vorzubeugen, leider auch zu, äh, keine Ahnung, äh, stecken. So, dann, natürlich haben wir hier, ähm, natürlich, gut, Alter, wer weiß es nicht, glaube ich, früher jedes Jahr im Urlaub gewesen, und zwar natürlich Snesien, ja, Snesien, ähm, kennt man da vielleicht irgendwie 1971 tatsächlich einmal die Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen, völlig unerwartet, Snesien hatte davor nie ein Eishockey-Team, hatte danach auch nie wieder ein Eishockey-Team, aber, ähm, später stellte sich raus, dass es leider einfach nur ein Farbfehler war, es eigentlich die kanadische Nationalmannschaft war, die allerdings die falschen Trikots angezogen hat, weswegen alle dachten, die snesische Nationalmannschaft hätte die Eishockey-WM gewonnen, war aber gar nicht so, man hat nur die falschen Farben angezogen, gelb, schwarz, weiß hat man angezogen, war der große, wurde die große snesische Nationalhymne da in Vancouver gespielt, ähm, großes, großes Drama, man wusste nicht überhaupt, was da los war, der snesische Botschafter wusste selber nicht genau, wie ihm geschieht, sollte die Nationalhymne singen, ist 18 Mal leider ausgerutscht auf dem Eis, ganz, ganz unschöne Szenen, und tatsächlich ist er leider an einer schweren Erkältung erlegen, bevor er diese Nationalhymne singen konnte, es ist ja, Snesien ist ja tatsächlich ein sehr warmes Land, er kam damit gar nicht klar, dass er dann plötzlich auf dieser Eisfläche singen musste, leider gestorben, bevor wir das erste Mal die Nationalhymne von Snesien leider gehört haben, deswegen, bis heute, verschollen, unbekannt, Snesien, leider unbekannt, niemand kennt die Nationalhymne von Snesien, ganz anders als Angora natürlich, good old Angora, äh, ist natürlich bekannt, denn Angora, äh, hatte tatsächlich lange das Problem, dass es nicht als Land angeerkannt wurde, weil man gesagt hat, was braucht man, um ein Land zu sein, man braucht ein, äh, Staatsgebiet, man braucht eine Währung, und man braucht eine Nationalhymne und, äh, Angora natürlich, wie wir alle wissen, die angorische Dünenlandschaft, ist ja bekannt, glaube ich, waren wir alle in der Kindheit im Urlaub und, äh, das war kein Problem, Währung hatten sie auch, ähm, die Angoros, ein Angoro sind 100 angorische Cent, kein Problem, aber sie hatten lange keine Nationalhymne, sie hatten lange, lange keine Nationalhymne und, äh, deswegen haben sie tatsächlich, mussten sie in kurzer Zeit eine Nationalhymne sich, ja, sag ich mal, Ghost-Written lassen, ähm, und da ist glücklicherweise jemand eingesprungen, der tatsächlich ursprünglich aus Angora stammt, ohne, dass es viele Leute wissen, Hans Zimmer, tatsächlich, hat sich bereit erklärt, ich schreibe die Nationalhymne für mein ursprüngliches Heimatland, Angora, und, ähm, deswegen besteht bis heute die angorische Nationalhymne nur aus dem siebenmal, dem gleichen Takt, der lautet, äh, und, äh, ich bin kein Cineast, ich kenne mich leider nicht mit dem Berg von Hans Zimmer aus, deswegen muss ich leider auch diese angorische Nationalhymne leider, ähm, aus diesem Rennen entfernen und muss leider, leider, leider sagen, keine Ahnung, muss man hier nicht sagen, äh, dann, äh, gut old Frankreich natürlich, Frankreich, äh, lange, natürlich, äh, sag ich mal, nicht die besten Freunde gewesen, aber, ja, sag ich mal, eine Nationalhymne, die man mit Zähneknirschen dann doch schon vor sich hin murmeln kann und ich glaube, kann man sagen, Text mitmurmeln, kein Problem, Frankreich kommt für mich auf Text mitmurmeln überhaupt kein Problem, kommen wir jetzt natürlich, äh, zu Brasilien, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil Brasilien natürlich, äh, ein sehr, äh, stolzes Land auf jeden Fall, die Nationalhymne, glaube ich, hat jeder schon mal bei FIFA gehört, I get knocked down, but I get opened it, if you gotta get back to that, das Hauptmenü von FIFA natürlich damals, ich natürlich riesen Fan, FIFA 2003, schön Real Madrid, Ica Casillas, schön aus dem eigenen Tor, ah, das ganze Spielfeld ausgedribbelt ins eigene Tor, natürlich, äh, Ica Casillas für mich brasilianischer, ähm, Fußballspieler des Jahres, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil es natürlich so ein bisschen an Bedeutung verloren hat, weil man es wirklich auch ständig, ähm, hört, deswegen Brasilien für mich auch tatsächlich muss ich rausnehmen aus der ganzen Geschichte, deswegen, schwierig. Ja, dann kommen wir natürlich, ähm, zu Freiburg, Freiburg, äh, lange, lange unabhängig gewesen, äh, was leider vergessen wurde, tatsächlich. Ihr wisst alle, deutsche Geschichte, ähm, heiliges römisches Reich, deutsche Nation, irgendwann 30-jähriger Krieg, dann 4-jähriger Krieg, 8-jähriger Krieg, 2-jähriger Krieg, 16-jähriger Krieg, 2-monatiger Krieg, 90-jähriger Krieg, 1. Weltkrieg, 1.5-Weltkrieg, 1.3-Viertel-Weltkrieg und dann nochmal der 16-jährige Krieg, da kommt man mal durcheinander. Deswegen tatsächlich, äh, lange Zeit Freisingen als unabhängiges Land galt, ohne dass es wirklich jemand wusste. Es war eine Randnotiz, die damals, äh, tatsächlich von preußischen Diplomaten irgendwo mal vergessen wurde. Ihr kennt das, man kopiert die Hausaufgaben vom Nachbarn und übernimmt Dinge, die man irgendwie gar nicht gelesen hat und man gar nicht weiß, dass die drin sind und alle schreiben nur voneinander ab, Copy of a Copy of a Copy und letzten Endes war tatsächlich, ähm, Freiburg als eigenes Land angemeldet. Sie haben, wie ihr sehen könnt, relativ unkreativ eine, ähm, eine Flagge aus dem Boden gestampft und dann hieß es so, ja, was soll eure nationale Hymne und sie haben nur gesagt, ja, Freiburg, ole ole, und ich mein, sorry, wer sich so wenig Mühe gibt für seine Nationalhymne, der verdient es meiner Meinung nach auch nicht, äh, hier dabei zu sein. Deswegen Freiburg, raus, keine Chance. Dann, äh, natürlich die, ähm, ja, Qing-Dynastie, ähm, muss ich auch sagen, ist ein absoluter Banger, auf jeden Fall dabei, ist auch in Age of Empires 4 mit drin. Äh, Drache ist auf jeden Fall eine gute Sache und deswegen absolut Pass beantragen. Pass beantragen, äh, ist auf jeden Fall mit drin. Kommen wir jetzt zu Schweden. Ist natürlich immer schwierig, weil es, sag ich mal, rhythmisch extrem anspruchsvoll ist, ne? Es ist rhythmisch extrem anspruchsvoll und deswegen auch immer sehr, sehr schwierig, äh, mitzusingen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es ein Blackout gerade ist, aber ich hab's, ich hab's tatsächlich vergessen. Ich hab's tatsächlich vergessen, aber deswegen muss ich sagen, keine Ahnung. Hier rein, ähm, das hier ist tatsächlich die internationale Flagge von Niemandsland. Es ist sozusagen Grenzland. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Technisch gesehen darf es kein unbeanspruchtes Land geben. Es gab nämlich früher, weil, äh, die Sache, ganz viel Land wurde beansprucht und so und man hat dann, ist dann zum großen Landamt gegangen und hat gesagt, pass auf, Freunde, ich hab hier irgendwo Oklahoma, Nordamerika, das ist jetzt mein Land. Er hat mal gesagt, gut, Tennessee, Oklahoma ist jetzt euer Land. Und irgendwann hat leider jemand, ähm, ja, so eine Art Schlupfloch gefunden und, ähm, hat gesagt, jedes Land, das noch nicht entdeckt wurde, gehört mir. Er hat mal gesagt, Moment, stopp, 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 so geht's nicht. Du kannst nicht einfach sagen, jedes Land, das noch nicht entdeckt wurde, gehört mir. So, du musst schon sagen, wo es ist. Und deswegen hat man sich darauf geeinigt. Man hat sozusagen ein Fake-Land gegründet und hat gesagt, jedes Land, das niemandem gehört, gehört erst mal Grenzland. Ja, und das ist die Frage von Grenzland. Also hat man als rein bürokratischen Akt Grenzland erschaffen und hat gesagt, alles, was neu entdeckt wird, gehört erst mal Grenzland. Und dann kann man aber sagen, ich möchte von Grenzland dieses Land haben, was dann kein Problem ist. Grenzland ist extrem freigiebig mit ihrem Land und deswegen gibt's das. Das heißt, technisch gesehen, wenn jetzt zum Beispiel Krieg ist zwischen zwei Ländern und dann geht da die Front immer hin und her und hin und her und dann zieht man irgendwie die Front und dann verschusselt man sich da so ein bisschen und sagt, boah, die neue Grenze, da ist so ein kleiner See, so eine kleine Insel, haben wir vergessen. Dann gehört das auch automatisch Grenzland, damit nicht irgendjemand sagen kann, ah, das ist jetzt meins, schnell, das ist meins. Deswegen erst mal Grenzland und dann hat man noch die Möglichkeit zu sagen, stopp, 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 hier hat man sich nur vertan, das ist eigentlich ein Problem und deswegen geht das über. Grenzland hat deswegen, wissen viele vielleicht nicht, keine Nationalhymne, keine Nationalhymne, leider. Deswegen muss ich auch hier leider sagen, keine Ahnung. Ja, äh, good old, äh, Bhutan, musste leider eines seiner Farben verkaufen, ursprünglich natürlich Silber, Rot, äh, Grün, musste dann leider im großen Bhutanischen Krieg eines seiner Farben verkaufen, ähm, an, äh, ein anderes Land, zu dem wir wahrscheinlich noch kommen, das unbedingt von anderen Ländern die Farben aufkaufen wollte. Wie ihr vielleicht wisst, um eine neue Flagge zu gründen, also wenn du eine neue Flagge haben willst, musst du die Farben anderen Ländern abkaufen. Oder erobern, ja, je nachdem, wie du es machst. Aber du musst es auf jeden Fall machen und deswegen sagt man hier, Silber wurde abgegeben. Deswegen Bhutan hier eher arm dran. Aber die Nationalhymne von Bhutan muss ich schon sagen, äh, Bhutan ist so schön, so ein schönes Land. Wir haben Tiere und Seen, kommt hierher, dann könnt ihr sie ansehen. Bhutan, Bhutan ist so groß, wir fliegen wie ein Airbus, kommt uns ja nicht zu nah, sonst machen wir euch kaputt. Bhutan ist doch klar, Bhutan, 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 Bhutan. Bhutan. Geile Nationalhymne. Geile Nationalhymne, aber sie kommt auf jeden Fall nicht an die, ähm, Qing Dynasty ran, deswegen, Moment, haben die hier noch so einen Streifen? Wow, 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 wow. Zieht da jemand direkt die Front mit Frankreich? Zieht jemand da direkt eine, äh, eine Front ein gegen Frankreich? Ey, Leute, bin there done that, aber ich weiß nicht, ob es für dich eine gute Idee ist, Bhutan. Was ist das für ein Land im Ernst? Warum hat Bhutan noch so einen Streifen? Wer, wer wurde da als Kompromisslösung, äh, raus, rausgenommen? Er hat gesagt so, ja, also, okay, also Ulrike, ich weiß, du bist ja stolz auf deinen Rot-Grün-Entwurf, Silber ist weg, Rot-Grün, aber ich fand ja dieses Weiß mit diesen verschiedenen tropischen Vögeln in Rot ganz gut. Und Ulrike sofort so, ey, pass auf, bevor wir jetzt hier lange diskutieren, machen wir einen Kompromiss. Jeder kriegt sein Willen, wir nehmen beides auf die Flagge. Ein Teil meine Idee Rot-Grün und ein Teil deine Idee Weiß mit roten Paradiesvögeln drauf. Okay, beides auf der Flagge, wir beide sind zufrieden. Okay, das lief gut, alles klar, machen wir früh Feierabend, alles klar, ciao. Woche später kommt die Flagge an im Büro und, und Udo denkt sich erstmal, sag mal, Ulrike, Ulrike hat wieder hier schön in der Schneiderei beantragt, dass sein Teil ganz klein ist. Ey, das geht nicht. Das geht nicht, warte mal. Bhutan. Ja. Das ist nicht mal ein Land. Mussten die jetzt alles aufgeben oder was? Mussten die alles aufgeben? Auch die Armen. Erst müssen sie ihre Flagge verkaufen und jetzt noch ihren Namen. Da kommt irgend so ein Chemiekonzern. Übrigens, wir sind gerade noch auf der Suche nach einem Namen für unser neues Alkan. Und das ist ein neues Alkan entwickelt. Recht gut. Muss ich gar nicht erklären. Also H3C mit Redoxreaktion, CH3. Egal. Dieser ist C, wir brauchen einen Namen. Und, ähm, Bhutan hat für uns einen recht, ja, angenehmen Zungenschlag. Das finden wir ganz gut. Ja, aber Bhutan, so heißt doch unser Land schon. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Tja, wäre doch zu schade, wenn zwei Dinge gleich heißen würden. Das wäre ja verwirrend für die Leute, die gar nicht wissen, was ist gemeint? Das Alkan oder das Land? Also muss einer von uns beiden sich wohl umbenennen. Tja, muss sich leider einer von uns beiden umbenennen. Wer das wohl sein wird? Und gut, old Bhutan, ja, okay. Dann hauen wir halt noch ein H mit rein. Okay. Bhutan, nein, Bhutan! Äh, Imposter Bhutan! Bhutan! Stopp! Jetzt aber stopp! Sag mal! Bhutan hat uns die ganze Zeit, Alter, ist das Undercover Country oder was? Ja, stimmt, ich war die ganze Zeit Bhutan tatsächlich. Ich hab mir gedacht, ich tu mal so, als wäre ich ein anderes Land, um zu sehen, was die Leute so wirklich über mich denken. Verdammt noch eins, Bhutan! Bhutan ist auf eins! Fuck ey, Bhutan! Alter, das ist nicht schlecht. Das habt ihr gut gemacht. Ja, ja, gut, nee, komm, wenn wir jetzt eh schon hier sind, wenn Bhutan auf eins, dann müssen wir uns auch die Nationalhymne einmal anhören. Hymne? Hymne? Warum schreibe ich jedes Mal Nymne? Was ist hier los? Warum schreibe ich immer Nymne? Druck zenden? The Thunder Dragon Kingdom! Yes! The Thunder Dragon Kingdom! Nennt euch doch so, Leute, nennt euch doch nicht Bhutan! Nennt euch doch The Thunder Dragon Kingdom! Oh man! Oh, 10 biggest epic mistakes in world history! The Thunder Dragon Kingdom! Ähm, Alter, ist das die fucking beste Nationalhymne der Welt? The Thunder Dragon Kingdom! Okay, 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 okay. Aber jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass wir hier, warte mal, Creative Cummins. Ähm, ja. Warte mal. Kann man nach MP3s direkt suchen? National Anthems.info Bhutan. Special thanks to Javi Castella for the music file. Javi! Danke! Danke, Javi! Javi Castella, Shoutout geht raus! Javi Castella, vielen Dank für diese, oh, Javi Trumpet! Okay? Okay? Alles klar! Ähm, dann bleibt mir nicht viel übrig, als euch viel Spaß zu wünschen, mit, äh, Javi Castella an der Trompete und seiner Interpretation von The Thunder Dragon Kingdom. Viel Spaß! Teajan Servier und Absolut Ho ach o o as mir Musik Musik Javi, bravo, vielen Dank, Dankeschön, vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass Sie uns heute begrüßt haben. Äh, das war Javi Castella mit seinen Interpretationen von Druck senden The Thunder Dragon Kingdom. Ja, fantastisch, sehr, sehr schön, kann man gar nicht anders sagen, deswegen für mich völlig zu Recht, also sorry, wenn das nicht Esstier ist, weiß ich auch nicht weiter. Das war richtig gut. Ja, kommen wir auch mal weiter, Neapel natürlich leider auch in dem Sand der Zeitgeschichte verloren gegangen, dann natürlich auch hier tatsächlich eines der schönsten Länder der Welt wahrscheinlich, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist natürlich immer so ein bisschen untergegangen, weil es relativ wenige Anlässe gibt, tatsächlich diese Hymne zu spielen, aber es gibt immer mal wieder Anlässe, Baden-Württemberg hier wirklich loszulassen. Tatsächlich eines der wenigen Länder, die eine Nationalhymne haben, die gleichzeitig auch eine Tanzchoreografie mit beinhaltet. Das wurde damals natürlich von der internationalen Gemeinschaft eher skeptisch aufgenommen, weil man gesagt hat, eigentlich technisch gesehen, haben wir nur vorgesehen, Text, Lied und das war's. Aber Baden-Württemberg hat gesagt, nee, 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 meine Freunde, nee, 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 meine Freunde, wir in Baden-Württemberg, wir sind die Tänzer und wir verstehen uns auch als Tänzer. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir keine, jemals einen Nationalfeiertag begehen, ohne auch unsere schöne Steppschuhe anzuzählen. Und dann hat die internationale Gemeinschaft gesagt, was? Ja, und so wurde es dann nach langen, langen bürokratischen Hin und Her tatsächlich so, dass Baden-Württemberg eine der wenigen Nationalhymnen hat, die tatsächlich auch eine Kategorie, eine Choreografie mit dabei hat. Deswegen würde ich sagen, Baden-Württemberg hier auf Text mitmurmeln und deswegen sehr schön. Und dann, oh ja, hier, schön natürlich die Karibik, wunderbare Karibik, sehr, sehr schön. Und ja, ich glaube, eine der besten Nationalhymnen, die man überhaupt haben kann, Karibik natürlich, Klaus Badelt, Jerry Bruckheimer, die Nationalhymne der Karibik, fantastisch. Badadam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-b Geil. Absolut fantastisch. Karibik für mich absolut Esstier. Ganz fantastisch. Und ja, ich würde sagen... Gott, es ist weh. Ja, und ich sag mal, ja... Wie viele fucking Länder gibt es denn? Wie viele fucking Länder? Was? Also, okay. Okay. Ich glaube, ich glaube, wir machen das anders. Ähm. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon so. Da sind jetzt wirklich die wichtigsten Hymnen mit drin. Glaube ich. Oder? Ich weiß nicht. Fehlt noch irgendwie eine wichtigste Hymne? Eigentlich nicht. Oder? Mir fällt hier nichts mehr ein. Ich meine, klar, hier haben wir einmal... Hier haben wir Niederlande noch dabei und Holland. Beides sind ja komplett unterschiedliche Länder. Niederlande, Holland. Komplett unterschiedlich. Deswegen hier natürlich separate Länder. Ich muss sagen, Holland hat mir tatsächlich besser gefallen. wollen. Deswegen Holland hier, ähm, B-Tier, Niederlande ganz weit unten. Das funktioniert so nicht. So eine fucking tiefe Hymne. Wer soll das mitsingen? Wie soll das funktionieren? Und ansonsten haben wir eigentlich alle. Ansonsten haben wir eigentlich alle. Ähm. Oh, okay. Der lädt das direkt neu. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kriegen wir... Ähm. Ist das eigentlich respektlos? Wenn ich jetzt sage, ihr habt, euer Land hat eine hässliche Flagge. Ich meine, Kriege wurden schon für weniger gestartet eigentlich, ne? View Community Ranking. Oh, nein. Oh, nein. Warte mal. Okay, pass auf. Jetzt. Ich weiß nicht, nach welchem Kriterium diese Person, die Länder geordnet hat. Aber wenn Deutschland nicht fucking oben ist, dann haben wir ein Problem, okay? Dann haben wir ein richtiges Problem. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ah. Oh, say can you see. Sehr schön. Gute Liste. Gute Liste. Gute Liste, muss man sagen. Countries Tier List. Na, okay. Ja, doch, finde ich gut. Ah, okay. Das ist ja geil. Man kann auch so zwei Achsen machen, oder was? Okay. Okay, also. Wir haben jetzt hier ein zwei Kategorien-Systemen hier entwickelt, wo wir einerseits die Flagge ordnen können nach, äh, hässlich und schön. Aber, was mich natürlich auch immer interessiert, ist natürlich, mit wie wenig Arbeit muss man es erreichen, ne? Klar, wenn du die krassesten Farben der Welt hast, dann ist es auch leicht, eine schöne Flagge zu machen, ja? Deswegen finde ich es auch immer wichtig, kriegt man es auch hin, mit wenig viel zu erreichen. Äh, ich würde sagen, wir fangen erst mal an. Also, okay, okay. Hier zum Beispiel. Nehmen wir mal die. Ich hab das Land verloren. Oh nein, ich hab das Land verloren. Oh Leute, ich hab Chile verloren. Fuck. Fuck, im Supermarkt hatte ich es noch. Hab ich es nicht eingepackt? Hab ich Chile? Ah, okay. Ah, hier ist es, okay. Äh, äh, also Chile. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Ähm. Also, ich würde sagen, hier schon mal, äh, was ist das hier? Äh, Dänemark oder was? Sehr subtil, auf jeden Fall. Find ich sehr schön. Das ist natürlich auch immer so dieses Kreuzmuster, ne? Das hat sich irgendwann durchgesetzt. Oder ist das, äh, ist das England oder was? Oh Gott, fuck, ey. Nee, nice Nice Sehr subtil auf jeden Fall, finde ich sehr schön Und finde ich aber tatsächlich Nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen Ist nicht die schönste Flagge, aber Kriegt Punkte für Subtilität Hier muss man sagen, einfach all hingegangen Einfach all hingegangen Zu sagen, okay Welche drei Farben wollt ihr denn für eure Flagge? Drei Farben? Ja genau, die meisten Länder haben drei Farben Nicht zu viel, nicht zu wenig Irgendwie kann man gut mitspielen Und deswegen, also welche von diesen Farben Wollt ihr denn? Welche drei? Nein, nein, nein Nein, nein, nein Nein, nein, nein Drei Farben sind zu wenig Okay, alles klar Ja, okay, vier Farbenkombinationen sind auch immer sehr schön Moment Fünf Fünf Fünf, okay Okay, fünf Ja, ähm Ja, ähm Kriegen wir, glaube ich, hin Kriegen wir, glaube ich, hin Ich meine, ihr seid Bielefeld, ne? Also denkt dran Vielleicht ein bisschen Understatement Nein, 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 nein Fünf Farben Asymmetrisch Dreiecke Fünf Farben Ganz so drüber Ganz so drüber, aber auch sehr hässlich Muss ich auch sagen Tatsächlich Ähm Kommen wir mal Kommen wir mal wirklich jetzt mal ganz ungelogen Und ernsthaft zu den schönsten Flaggen Äh, Schweiz Sehr subtil Und sehr, sehr schön Muss man sagen Ne, hier ist hässlich, ne? Äh, muss man sagen Sehr, sehr subtil Sehr, sehr schön Ich meine, es gibt natürlich den ewig langen Streit Zwischen Minimalisten Wer hat die schönste Flagge Schweiz oder Japan Und Japan, ich glaube Subtiler als Japan geht nicht, oder? Also gibt's ne Gibt's ne Flagge, die nur eine Farbe ist? Weiß ich gar nicht Aber ich find Was sagt der Chat? Schweiz oder Japan? Welche ist schöner? Gibt es? Okay, da müssen wir noch ein bisschen Äh, da müssen wir noch ein bisschen ranteilen Aber tatsächlich Japan Und Schweiz für mich beide sehr weit oben Japan Alle sagen Japan Wow Japan Oh Nutzmann Der Gag Achtung Heute Auf unserer Bühne Der Kommentator Nutzmann Mit einem Witz Viel Spaß Beim Lachen Die Frage war Gibt es ein Land Mit nur einer Farbe? Nutzmann schreibt Ja, Frankreich Nur weiß Das war der Gag der Woche Ähm Ansonsten Die Ferse sind schon auch geil Einfach so Okay, pass auf, pass auf, pass auf Brainstorming 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 Äh Gib mir ne Flagge mit 4 Teilen Okay Wir sind ein Land Wir sind ein vielseitiges Land Wir haben viel zu zeigen Viel zu erleben Wir haben ne glorreiche Farbige Geschichte Ähm Pass auf Wir haben 4 Teile Links oben Weiße Kobra Auf blauem Grund Geil Perfekt Bildet unsere Fauna ab Ist ein stolzes Tier Wunderbar Findet man irgendwie Wir bauen viel von unserer Kultur Auf Schlangen auf Wunderbar Kein Problem Mega gut Okay, okay, okay Rechts oben Weiße Kobra Weiße Kobra Auf blauem Grund Ähm Okay Wir haben links oben schon Weiße Kobra Kobra Das kann man nie genug haben Kobra Das kann man nie genug haben Ja, ist schon ein ziemlich großer Teil unserer Kultur Stimmt schon Okay Links unten Links unten Links unten Links unten Ähm Lass mich nachdenken Links unten Weiße Kobra Auf blauem Grund Ähm Okay Warum haben wir Warum haben wir mehrere Teile Wenn letzten Endes überall Weiße Kobra Auf blauem Grund ist Weil 4 Kobras Besser sind Als eine Ich meine Es ist schon Ich meine Es ist zumindest symmetrisch Es ist zumindest symmetrisch Äh Ich weiß nicht Ist jetzt schwer Gibt es natürlich Unterschiedliche Designphilosophien Aber ich finde Ich finde Symmetrie Ist schon Gehört Ist schon subtil Also Ich meine Die ist richtig cool Aber es ist Technisch gesehen Ist es nicht Symmetrisch Weil die Die alle nach links schauen Obwohl es Wenn die Beiden Rechten nach rechts schauen würde Würde es so aussehen Als hätten die sich zerstritten Als hätten die sich zerstritten Als wäre das ein Freundeskreis Von 4 Kobras Äh Wo jemand gesagt hat Hey hey Du wärst mir fast auf mein Bein gestiegen Und die Beiden Kobras so Bein Wir schlagen Haben keine Beine Er sagt Hä Doch natürlich Wir haben ein Großes Bein Äh Nein Das ist ein Arm Was Das ist doch kein Arm Das ist doch ein Bein Äh Nein Ich bin komplett auf seiner Seite Natürlich ist das ein Arm Wir haben einen Kopf Und einen langen Arm Was denn sonst Was Wir kennen uns seit 18 Jahren Und jetzt kommt das plötzlich raus Dass ihr unseren Körper für den Arm haltet Das ist ein Bein Okay So spreche ich nie wieder mit dir Oh wisst ihr was Wenn ihr jetzt und so kommt Ne Dann nicht So einfach Zwei Kobras Komplett zerstritten Deswegen würde ich es Und nach der Logik Tatsächlich auf ein bisschen drüber Aber ganz geil Aber ganz geil Ich meine es sind vier Tiere Das ist schon ziemlich drüber Oder Es ist immer so langweilig Es in die Mitte zu nehmen Ich finde es nicht so schön Ich finde es sogar ein bisschen hässlich Ich finde Jede Flagge Die man sich nicht schön besoffen Ins Gesicht malen kann Ist eigentlich schon Hat sich eigentlich schon verfehlt Yes Okay Okay Yes Okay Das ist schon Das ist schon einfach mal eine Ansage Das ist schon mal eine komplette Ansage Das ist schon wirklich geil Einfach zu sagen Ganz kurz Wir sind Neuropanien Wir würden gerne eine Flagge machen Okay Wunderbar Klar Hier Wir haben Hunderte Flaggen Aus der gesamten Menschheitsgeschichte Tausende Jahre Erfahrung Also was sich auch vor allem durchgesetzt hat Ist gerade Linien Drei Farben ungefähr Sowas in der Richtung Und er sagt Neuropanien Ist ein neues Land Wir machen Wir machen alles anders Okay Sie sagen drei Farben Fünf Farben Sie sagen gerade Linien Streicht das Symmetrie Vergesst es Tiere Vergesst es Wir sind Ein Land Das Neues Der aufgehenden Sonne Neuropanien Geil Aber ein bisschen drüber Vor allem Das sind zu viele Farben Ey sorry Das ist halt einfach Ukraine und Irland Irgendwie Sorry Das ist einfach zu viel Du kannst dir nicht so viele Farben nehmen Oder Italien Ah fuck Ich bin auch so schlecht Ey Warte mal Ah ok 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 Warte mal Wer sind denn dann die nochmal mit den Ah das ist glaube ich irgendwas Afrikanisches dann glaube ich Ne passt Ok Bisschen drüber aber Ist auch schon geil Oder Ungarn Oh Ungarn Auch gut Ungarn Rot Weiß Grün Ja 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 Rot Weiß Grün Alter Wusstet ihr das jetzt einfach so Die Linien sind gerade Ok das ist richtig Die Linien sind gerade Ähm Ich meinte natürlich parallel Oder Senk Ähm Horizontal meinte ich Ja Hässlich schön Hässlich schön Es sind zu viele Farben Es sind zu viele Farben Es sind zu viele Farben Aber Ich mag Ich mag den Mut Ich glaube das ist die einzige Flagge Die dieses Winkelmanöver hier macht Ist es schon das Maximum ein bisschen drüber Ich glaube Ist es schon hässlich Sorry Ist es schon hässlich Ok Komm Weißt du was Leute Eine Palme Mit einer Krone in der Mitte Schon mal was von fucking Baumkrone gehört Sorry Leute Warte mal Finden wir noch Finden wir irgendwas Was Was keine geraden Linien hat Das hat keine geraden Linien Ähm Gibt es aber echt nicht so oft Die keine geraden Linien haben Ich glaube das ist echt das einzige Was keine geraden Linien hat Oder Also klar Ich unterscheide jetzt zwischen So eine Art Symbol Oder Siegel Oder sowas Ne Da gibt es natürlich mit Drachen und so Schon Sachen Aber jetzt die wirklich in den Grund In den Hintergrund Farben So ein Gewobbel haben Ja Wir müssen finden was das für ein Land ist eigentlich Weiß das jemand Armenien Armenien hat doch Ist doch ganz Hat doch Äh Auch gerade Linien Oder Martinique Ist nicht dein Ernst Martinique Martinique Ey 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 Ist ja wirklich ein Snake Island Martinique Leute sagen Martinique Seychellen Das klingt richtig Yes Tatsächlich Das ist Seychellen Mega gut Wir hören mal rein Achtung Das ist Seychellen Das ist Seychellen Wir sind Seben Auf dem Meer Wir sind auch ein Land Das ihr noch nicht kennt Aber wir haben Großes vor Damit meinen wir nicht Krieg oder U-Boot Sondern ganz friedlich Äh Mit allen anderen Ländern zusammen Wir sind die Seychellen Ich finde jede Ich kann Es gibt nur eine Eine Art Nationalhymne zu singen Und das ist dieses Weggemurmelte einfach So wie ich Wenn ich glaube ich Mein Land gründe Dann ist das genau Der Text Meiner Nationalhymne Dieses So dass Ich das einfach Wirklich auch Und der Der größte Opernsänger Muss das so singen Martinique Wappen Wie viele Martinique Das Wappen Martiniques Einer französischen Überseedepartement Und einer französischen Überseeregion Zeigt im Blauen Durch ein weißes Kreuz Gefiertelten Schild In allen Fändern Eine weiße Gewundene Schlange Es ähnelt stark Der französischen Handelsflagge Vor dem Jahr 1789 Die L-förmigen Schlangen Die L-förmigen Schlangen Die L-förmigen Schlangen Sind wohl eine Anspielung Auf das L von Lucia Die Martinique ursprünglich Gemeinsam mit Sankt Lucia Verwaltet hat Moment mal Ist das die langweiligste Sitcom der Welt Lucia und Sankt Lucia Zusammen Sind es Sind es Menschen Hi ich bin Lucia Und das ist Meine Kollegin Sankt Lucia Hallo Hallo Und Sankt Lucia Lässt sie auch Jedes Mal wissen Dass sie Sankt Lucia Genannt werden möchte Dass sie einen Heiligentitel hat Bei der Schlange Handelt es sich Um eine Art Der amerikanischen Lanzenotter Einer auf Martinique heimischen Viper Okay Der amerikanischen Lanzenotter Einer auf Martinique heimischen Viper Okay Kritik Natürlich hagelt es da Kritik Ist ja klar Die örtliche Unabhängigkeitspartei Mouvement des Démocrates Des écologistes Pour une Martinique Indépendante Wurde Wegen ihrem Sperrigen Und unaussprechbaren Namen Seit jeher In Kritik genommen Sieht in der Verwendung des Alten Wappens Ein Symbol Des Rassismus Da es auch Als Flagge Auf Sklavenschiff Nein Verwendet wurde Und ein Uniform in der Gendarmerie Als Wappen Angebracht ist Aber St. Lucia Hat eine geile Flagge Oder Das ist doch Ganz geil Finde ich Nicht schlecht Sind die Eigentlich Copyright Mäßig Geschützt Sind Flaggen Copyright Wahrscheinlich Schon Oder Jetzt nicht Ich hab jetzt Keinen Nerv Dafür Jetzt nicht Es ist zulässig Ein Produkt Mit der Farbklimitation Schwarz Rot Gold Auf den Markt Zu bringen Markengesetz Der Hoheitszeichen Versäßig Paracen O Wig Die Hörsen Haben Es Lass uns das Ganz kurz Moment 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 Ordnungswidrigkeitsgesetz Als Ordnungswidrigkeit Kann nur Vorsätzliches Handeln Geahndet Werden Außer Wenn das Gesetz Fahrlässiges Handeln Ausdrücklich Mit Geldbuße Bedroht Okay Aber das War nicht Meine Frage Meine Frage War Ob Ich Das Wappen Von St Lucia Auf Meine Kekspackung Drucken Kann Nochmal Als Ordnungswidrigkeit Kann Nur Vorsätzliches Handeln Geahndet Werden Außer Wenn das Gesetz Fahrlässiges Handeln Ausdrücklich Mit Geldbuße Bedroht Ich glaube Wir kommen Hier nicht Weiter Was ist Was ist Was ist Was ist Auf Platz Eins Der Ordnungswidrigkeit Gesetze Was macht Nummer Eins Begriffsbestimmung Erstens Eine Ordnungswidrigkeit Ist eine Rechtswidrige Und Verwerfbare Vorwerfbare Handlung Die Den Tatbestand Eines Gesetzes Verwirklicht Das Die Ahndung Mit einer Geldbuße Zulässt Zweitens Eine Mit Geldbuße Bedrohte Handlung Ist eine Rechtswidrige Handlung Die Den Tatbestand Eines Gesetzes Im Sinne Des Absatzes Eins Verwirklicht Auch Wenn Sie Nicht Vorwerfbar Begangen Ist Verdammt Nochmal Ich Dachte Ich Dachte Meine Straftat Ist Nicht Vorwerfbar Stellt Sich Raus Ist Doch Egal Mist Ja Gut Wo waren Wir Eigentlich Ach Ja Schottland Gibt Es Gibt Es Irgendeine Version Die Wir Uns Anhören Können Mit Dem Text Scotland Scotland The Brave Lyrics Creative Commons Don't Sue me Please I ain't No Ordnungswidrigkeit Please Don't 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 Vorwerf Me This Action Damit ist man übrigens juristisch abgesichert Ah Ich hab mich kurz verschrieben Sorry Ich hab mich kurz verschrieben Ich hätte bei Don't Äh Den Apostrophen Sorry Ich hab mich kurz Ähm Äh Hab mich kurz Ähm Äh Vertippt Songtext von The Alexander Brothers Was Okay Die Alte Der Alles alte Melon Problem Einmalig 3,99 Ich mein Einmal 3,99 Dafür Dass ich Dauerhaft Mir Songtexte Anschauen Kann Das ist Schon Nicht Schlecht Aber Wer Weiß Vielleicht Will Ich In Zukunft Gar Keine Neuen Songtexte Mir Anschauen Vielleicht Ist das Das Einzige Mal Dass Ich Mir Songtexte Anschauen Will Tja Wir Jetzt Hattig Ja Okay Komm Boah Das ist Doch Sowas Von Nicht Erlaubt Oder Aber Jetzt Interessiert Es Mich Schon Wer Sind Die Alexander Brothers Die 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 Haben Den Text Der Nationalhymne Geschrieben Was Was Moment Die Die Beide Den Gleichen Zweitnamen Thomas R Alexander Alexander Und John R Alexander Thrashbush We're Born at Thrashbush Avenue In Kem Kem Business Thrashbush Avenue Das ist Schon Das Klingt Nicht Schlecht Ich Kenne Mich In Schottland Tatsächlich Gar Nicht So Gut Aus Ah Ja Hier Aha Also Nett Ach Das ist Doch Nett Oder Das ist Eine Gegend Oder Nicht Thrashbush Avenue Ah Ja Okay Gut Ja Ja Ich Meinen Ja Warum Nicht Oh Hier Guck mal Guck dir Den An Schön Peugeot Oh Schön Trampolin Im Garten Vier Verschiedene Mülltonnen Hat man In Schottland Vier Verschiedene Mülltonnen Schwarz Braun Hellblau Grün Was ist das Denn für Ein abgefahrenes Recycling System Ich meine Wohl eher Trashbush Avenue Wegen dem Müll Nicht weil es Hässlich ist Sorry Entschuldigung Ich will jetzt hier Keine Warte mal How Does Scottish Recycling Work Spotify So Do you wanna Okay Do you wanna Listen to Scotland The Brave Ich muss noch ein bisschen An meinem Schottischen Dialekt Arbeiten Ne Ich wollte eigentlich Gerade nur Arbeiten Okay Pass auf Pass auf Pass auf Deposit Return Scheme To go live Leute Noch 175 Tage Oh man Ich kann es nicht Erwarten Was machen wir denn Jetzt noch 175 Tage Mensch Ich kann es echt Nicht erwarten Ich kann es Echt nicht Erwarten Oh man Leute Was machen wir Noch zu dir Nächsten 175 Tage Bis es endlich Los geht Mann Ich glaube Es ist egal Worum es geht Wenn du so einen Countdown Auf deine Webseite Machst Sagst du Yes Worum geht es Ja Deposit Return Scheme Sowas wie Pfand Oder was Pfand Kommt jetzt Nach Schottland Deposit Return Scheme Okay Ich klaue eine Flasche Ich besteche Den Kassierer Dass ich die Flasche Geklaut habe Jetzt habe ich Drei verschiedene Flaschen Überleg mir Welche ich Als erstes Trinken soll Bring die Flasche Entweder zu einem Restaurant Moment Ich gebe der Flasche Ins Restaurant Um Getränke zu klauen Ich gebe dem Kellner Die leere Flasche Der bringt sie In den Supermarkt Und bringt mir Gemüse vorbei What Moment 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 Dann besteche ich Kinder Dass die das In den Müllpresse Werfen Damit ich Ein reines Gewissen habe Okay Und am Ende Zeichnen wir die Flaschen auf Wer der Beste war 90% aller Flaschen Werden Geisel genommen Wow Wie Warum werden die Wow Wow Okay Aber finde ich Ein gutes System Ich sag ja immer Wenn dein Infovideo Nicht ohne Ton Verständlich ist Hast du was Falsch gemacht Okay Überall wächst Pfand Okay Aber was ist jetzt Das brillante Neue System Ich kann also Man Ich kann das auch Zum Zum Restaurant Geben Oder bei mir Abholen lassen Oder wie Okay Entweder gehe ich Zum Restaurant Und gebe es da ab Oder Ich kann jetzt auch Wenn mir Genau Wenn mir was geliefert wird Kann ich dem Lieferanten Pfand geben Und kriege Ich tausche Gemüse Gegen Pfand Und ich kriege Das Geld Was ist denn das für Geld Eigentlich Was gibt es denn Für schottische Münzen Warum sind die nicht rund Ist das einfach Klumpen Platin Oder was Und Kinder werden Gezwungen Das einzusammeln Okay Finde ich aber Keine schlechte Idee Die sind wirklich Eckig Finde ich aber Keine schlechte Idee Dass man Dass man auch Bei Lieferungen Das wegbringen kann Warte mal Scottish Coin Sind die wirklich Nicht rund List Ich brauche eine Liste Ja 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 Okay Ja Weiß nicht Ob das jetzt auch Die aktuelle Währung Ist um ganz ehrlich zu sein Scottish Coinage Scottish Coinage Ich liebe diese Ich liebe diese AGE Änderung I'm interested in Scottish Coinage So was gibt es im Deutschen nicht Münz Münzwerk Würde man vielleicht Sagen Oder Münz Was sagt man Ja Münzwerk Oder Münz Münzwesen Vielleicht Münzwerk Ich bin interessiert Am schottischen Münzwerk So was in der Richtung Münzage Ja Münzage Oder Münzwesen Münzerei Weiß ich nicht Ob Münzerei Passt Coinage Warte mal Lassen wir Wasser mal Coinage Prägung Ist das das richtige Wort Ah glaube ich nicht I don't Think so My computer Friend Und jetzt Ignorieren wir Einfach What And now You just Ignore So what And now it's Back Quit Playing games With my Coinage Hör auf Spielchen Mein Geld zu spielen Ich liebe Auch Dass er Spielchen Sagt Geil Richtig Gut Spielchen Prägung Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Coinage 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 Prägung Prägung Coinage Aber du könntest ja auch sagen Also zum Beispiel Die Kunst des Trinkens Oder Trinkwesen Drinkage Oder ich Zum Beispiel Ich interessiere mich für Snacks Ich interessiere mich für Snackage Das ist so geil Du kannst aus jedem Wort Irgendwas Was wirklich Ernst klingendes machen Well I'm a big supporter Of Snackage The Great Scottish Coinage Ja gut Mein Gott Einer Typ Ein Typ Schreibt im Chat Schottische Münzen Sind aber wirklich Nicht rund Und jetzt Google Google ich hier rum Oder was Coinage Ist einerseits Der Akt Der Prägung Andererseits Auch das Resultat In Klammern Das Münzwesen Okay Ja aber wie sagen wir das jetzt Gibt's eigentlich Eigentlich müsste es hier noch so ein Button geben Yes but that's not what I mean Guy So dass du sagst so Achso Coinage No no Guy No no Guy I don't mean Like the Result No 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 listen Guy I want to say you something The coinage Du bist etwas Hey yo don't talk to me like that you know guys I don't I'm 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 rid of your playing games right now No 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 I mean the result of the coinage Not like sprich so mit mir Ich spiele gerade Spiele Nein, ich meine die Seite von Übersetze rückwärts, ich will nicht, ich will nicht drehen, du weißt Es ist nicht, ich bin nicht lange dabei Du bist für dich da, nein, es hilft nicht wirklich Ich wollte nur wissen, was das ist Nutzlos, absolut nutzlos Ja, Leute, ich hab wirklich alles gegeben Ich hab versucht rauszufinden, ob schottische Münzen Warum, achso, warte mal, ja genau Wir waren eigentlich dabei Genau, wie viele How many Trash Bins In Scotland Well, äh, das ist jetzt natürlich Jetzt gemein Okay, die 2022er Scotland Bins Strike Wow, okay, die Müllabfuhr hat gestreikt Die haben den Bus angezündet Also Das ist eine Extremsituation Und ich bin immer für Streiks und so und alles kein Problem Aber Hier hätte man definitiv Noch mehr Müll auf den Mülleimer Drauf bekommen Also, sorry Ab, ich weiß, ich verstehe, dass man ab einem gewissen Punkt sagt Ich leg den Müll daneben Aber hier hätte locker noch mehr Müll auf den Mülleimer drauf gepasst Locker Das ist eine riesige Fläche Ich mein, klar Du hast eine Neigung Neigich Du hast eine gewisse Neigich hier Äh, Cornerage Aber ich mein, denk doch mal an die Heitich Ich mein, Heitich Technisch geht das doch noch richtig hoch Äh, das ist ein Witz Äh, das ist wirklich ein Witz Sorry Aber da muss ich Schottland jetzt wirklich mal die gelbe Karte zeigen Dass hier noch mehr gegangen ist Wer legt denn seinen Becher daneben Wenn noch so viele Möglichkeiten sind Ich sag dir, du hättest locker Locker Noch zwei, drei gute, ähm Meter hoch Äh, hochbauen können Locker Locker Das ist ja echt, äh Lächerlich Okay, das ist gar nicht so lange her Vom 18. September Bis zum 2. September Hat die Haben die gestreikt Residents in Edinburgh Were told by Edinburgh City Council To keep all rubbish indoors Wow Health warning was declared Due to the build up of rubbish Ha, build up Build down, würde ich eher sagen Abgefahren, okay Scheint aber häufiger vorzukommen Brighten bin strikes gab's auch Ja, na okay Ja Hm Ja, ich mein, man muss natürlich auch mal mit Wind rechnen Also du musst natürlich auch mal wissen Ähm, wenn du es zu hoch baust Dann wird es irgendwann vom Wind wieder umgeweht Ne, aber ich mein hier Selbst hier Das ist auch nicht windfest Das ist nicht windfest Das fliegt hier eh runter Ah, weiß ich nicht Ja, das ist keine Buildage Das ist doch keine richtige Buildage Oh, come on guy You know what I mean Don't Oh, now I'm all zoomed in guys Buildage Kann der jeden Quatsch aussprechen? Buildage Ja Warte mal Foodage Languages Languages Der kann jeden Quatsch aussprechen, oder was? Was ist das denn? Budage Das könnte aber ein echtes Wort sein Das ist so ein Piratending Oder sowas Mausage Mausage Marmalade Marmalage 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 Jellyage 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 Ah, das ist ja fantastisch Der kann jeden Quatsch aussprechen Aber auch in Deutsch Ja gut, in Deutsch, wie gesagt Jelly Jelly Was, wie können wir dir helfen? Wie können wir dir helfen? Was brauchst du? Jelly 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 So wache ich aus einem Albtraum auf Jelly Jelly Oh Oh mein Gott, Entschuldigung Sorry, dass ich im Stream eingeschlafen bin Ich wusste nicht, dass der Stream noch läuft Gelee Jelly Gelee Nee, 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 Kollegen So freut das mich Aber man bräuchte dann halt sowas wie Gelee-Werk Gelee-Werk Also das ist ordentliches Gelee-Werk Oder was hatten wir vorhin noch gesagt Bei Münz Münz-Werk Münz-Heid vielleicht auch Münz-Heid Gelee-Heid Ja, Gelee-Heid Heilige Gelee-Heid Oder Münz-Wesen Ja Ich bin ja beruflich tätig im Gelee-Wesen Gelee-Wesen Jelly-Creature Jelly-Creature Yes Okay Jetzt Das muss jetzt noch sein Jelly-Creature Das müssen wir jetzt noch Warte mal AI Kriegen wir das hin Warte mal AI Image Generator Okay Jelly Creature Wow Generate Let's go Okay Okay Er braucht ein bisschen Er braucht ein bisschen Das Gelee-Wesen Yes Yes Das ist das Gelee-Wesen Das ist ja fantastisch Das ist das Gelee-Wesen Und es sieht wirklich so aus Als hätte sich es irgendwie Selbstständig entwickelt Aus diesen ganzen Trokozyten Milbenwesen Oder was Okay Jetzt brauchen wir Warte mal Wie heißt dieses AI Warte mal Open GPT Geht das so? Oh Guys I don't wanna have an E-Mail-Adress I don't I don't have one Guys Yes Give me the X1 Oh guys I don't know where I go now Chat GPT Der einzige Depp Der das nicht weiß No guys I don't have it Guys I don't I don't have it Oh guys Guys It's not I can't Oh I don't wanna I don't want the leakage I don't want the leakage Guys But I think I can hack in But I think I can hack in with it Oh I hope you don't see that Because it's a very Oh I have to code it Guys I have to I get a code from Steve Oh I don't know Oh what Oh not Steve It's Who is the big guy At Microsoft Bill Gates Yes No I just got the code Yes No you can You can let me in No it's really me It's really me Yes I can No no you can trust me You can check the stream It's really me I clap on three Okay guy I clap on three You know it's me Okay I put you I put you down now I put you to sleep now In three So you know it's me So you can let me in If Please Thank you Yeah you too Bye Bill und ich Wir kennen uns Von früher Früher viel zusammen gemacht Mittlerweile kaum noch was And now we load The thing And now we load But we have to I already downloaded it Yeah it's It's the jelly creature That's it It's the jelly creature Wollen wir Wollen wir ihn als Als emote haben Ist das mein Maskottchen Jetzt oder was Ist das mein Ist das jetzt Jetzt mein Maskottchen Was ist mit dem Lamm Wait a minute guys I have to do it Oh it's a bit big You know But I think I can Oh Oh that's No that's all the wrong guys Why do you slip away From me You know You're in show business Right now You are now The new Maskottchen You know You're the new Lamm Forget the Lamm This is you now It's a jelly creature Jelly creature Ja das lädt grad noch Lädt grad noch Oh Leute ESL Meisterschaft Geht gleich los Ich muss gleich rüber Ich muss gleich rüber Ich muss gleich rüber Aber aktuell Geht noch nicht los Ich schicke euch gleich rüber Zur ESL Meisterschaft Keine Angst Ihr müsst hier nichts mehr machen Jelly creature Enjoying Coinage Generate Checkt Speichert der sich jetzt Wie die Wie die jelly creature aussah Komm Weißt du Dafür dass ich so viele Artikel lese Uh KI Übernimmt unsere Gesellschaft Die KI ist zu weit KI wird unseren Job Erledigen Wo ist enjoy Wo ist hier das Enjoyment Jelly creature Ending The 2022 Bristol Warte mal Wie grad ist Warte mal Bristol Trash Crisis Warte mal Wie hieß das denn gerade Wie hieß das denn gerade Oh Gott Ich bin bescheuert Scottish Scotland bin Strikes Jelly creature Ending The Scottish Bin Strike Ja ich glaub so ist es Ich mein wie hätte Wie hätte Dieser Dieser Streik auch ausgehen können Jelly creature Ending The 2022 Scotland Bin Strikes Yes Yes Fantastisch Keine notes Perfekt Keine Änderungen Nötig Genau so muss es aussehen Genau so muss es aussehen Ich mein warum hat die schottische Regierung nicht daran gedacht Warum hat die schottische Regierung nicht einfach beendet Einfach Strike Beendet Der Strike bricht aus Eine Stunde später Beendet einfach Fantastisch Fantastisch Was steht in den Augen drin eigentlich Was ist das in den Augen Und das ist wie eine Erdbeere oder was Das ist halt das Problem an An AI Du kannst nicht fragen Äh Warum Genau ist es ein Erdbeer Slushy Mit nem Äh Aber geil Gefällt mir richtig gut Was ist denn jetzt hier New chat Okay Yes Guys Thanks Tell me How the jelly Creature ended The Okay Jetzt ist die Frage Wie Wie ist das Ganze Wie hat das Ganze stattgefunden Okay 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 Ähm Gut Ähm Direkt versagt Ich hab kein Zugang zu den aktuellen Sachen Knowledge Cut-Off Auf September 21 Ach der weiß nicht Was nach 21 Passiert ist Ja okay Warte mal Warum kann ich denn eigentlich Nicht immer alles markieren Okay Sorry I didn't Know Was that Tell me Okay Einfach nur Leute Ist das Ist das Hier ein Verhör Oder was I'm sorry But I must clarify That my previous Response Wieso Vorgericht Sorry Mr. Speaker I must clarify That my previous Response Was not based On any Factual information About a jelly Creature's Involvement In the 2022 Scotland Bin Strikes As far as My knowledge Goes There's no Credible Factual Information That Suggests That a jelly Creature Was involved In resolving The bin Strikes In Scotland In reality The resolution Of the bin Strikes In Scotland Would have Likely been A result Of negotiations And discussions Not including The jelly Creature We don't Know The influence Of the jelly Creature We don't Know In what Motivation The jelly Creature Joined the Bin Strikes And we Don't Really know The influence Of the jelly Creature So I just Must clarify That We don't Actually Know If And how The jelly Creature Ended The Scotland Bin Strikes Good Okay Write Me A Fictional Story About How The jelly Creature Ended Kann man auch Auf Deutsch Schreiben Eigentlich Kann man auch Auf Deutsch Schreiben Kannst du Deutsch Schreibe ich Gleich Der ist ja Ganz schön Der ist ganz schön Pushy Okay Ähm Erzähle mir Die Geschichte Wie Die Jelly Creature Den Schottischen Müllstreik Beendet hat Meine Güte Stimmt Gelee Wesen Stimmt Ihr habt recht Danke Chat Gelee Wesen Ja ist gut Mein Gott Ey du bist Manchmal Bist du echt Anstrengend Das ist so wegen Fake News Und sowas Dass der Hemmungen hat Echte Politische Ereignisse Mit einzubeziehen Fiktionale Wie das Gelee Wesen Erzähle mir Eine fiktionale Geschichte Wie das Gelee Wesen Den schottischen Müllstreik Beendet hat So Inzwischen Sind viele Grenzen Gesetzt Okay Erfinder eine Geschichte Okay Interessant Wie alle Tatsächlich Muss man sagen Dass der Wikipedia Artikel Hier relativ Viel Auslässt Weil Tatsächlich Was hier Nicht Vorkommt Natürlich Ihr wisst Wahrscheinlich Warum Klar Die Geschichte Wird immer Von den Gewinnern Geschrieben Es ist Oft Schwer Gerade So Aktuelle Und noch Heiß Diskutierte Ereignisse Tatsächlich Historisch Korrekt zu Diskutieren Deswegen Erzähle Ich Heute Die Dinge Die wirklich Passiert sind An diesem Schwitzigen September Abend An dem Der Schottische Streik Beendet wurde Es war Ein stinkender Heißer Sommer In Schottland Als der Müllstreik Seinen Höhepunkt Erreichte Die Straßen Waren Voller Müll Und Die Luft War Schwer Von Unangenehmen Gerüchen Die Arbeiter Streikten Seit Wochen Und Die Verhandlungen Zwischen den Gewerkschaften Und den Arbeitgebern Schienen In den Stocken Geraten Zu Seien Eines Nachts Als Die Stadt Im Dunkeln Lag Und Das Gelände Der Mülldeponie Von Einer Undurchdringlichen Schwerze Umgeben War Tauchte Ein Seltsames Grünes Glühendes Licht Auf Es War Ein Gelee Wesen Das Aus einer Anderen Welt Zu Kommen Schien Das Wesen Schwebte In der Luft Und Es Schien Als Ob Es Kommunizieren Wollte Aber Niemand Konnte Seine Sprache Verstehen Als Die Arbeiter Am Nächsten Tag An Die Arbeit Ging Sahen Sie Dass Die Mülldeponie Vollständig Leer War Der Müll War Verschwunden Und An seiner Stelle Befand sich Eine Glitzernde Gelee Artige Substanz Es War Das Gelee Wesen Das Den Müll Auf Magische Weise In Eine Harmlose Aber Nützliche Substanz Verwandelt Hatte Die Arbeiter Und Arbeitgeber Waren Erstaunt Und Dankbar Sie Erkannten Dass Das Gelee Wesen gekommen War Um Gelee Wesen Zu Schützen Und ihm einen Platz In der Gesellschaft zu geben So wurde das Gelee Wesen zu einem Symbol der Zusammenarbeit und des Umweltschutzes in Schottland und half den Müllstreik auf eine friedliche und ungewöhnliche Weise zu beenden Ja Liebe Kinder Das war eine weitere Geschichte des Gelee Wesens Und was es das nächste Mal so toll treibt Das seht ihr wenn es weitergeht mit den wilden Abenteuern des Gelee Wesens Und das letzte Wort hat wie immer das Gelee Wesen selbst Gelee Wesen Was willst du den Kindern noch sagen Hört auf zu streiken Naja gut das Es kann ja wirklich gute Motivation geben dass eine Gewerkschaft streiten gehen will Nein hört auf zu streiken Ihr Schweine sonst komme ich und gelie euch Wir beenden an der Stelle die Sache und wünschen euch tatsächlich noch einen schönen schönen Abend